Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du bist in Los Angeles geboren, habe ich gelesen. Wo in Los Angeles? Du im Ghettos. Im Ghetto. Im Ghetto. Eine Ecke, das heißt Watts. Das ist eine der ärmsten Ecken von Amerika, wo die Punk abgeht. Und ja, das ist in 1951. Ich bin nach Compton, California gezogen. Das sind so ungefähr fünf Meilen weiter weg. In der Zwischenzeit auch harte Ghettos, wo die Crips und die Bloods, also die berühmten Gangs, hier kommen und stammen. Aber ich bin in München seit, mein Gott, es ist schon ewig hier, bin ich nach Münden gekommen, wahrscheinlich, und zwar 80, glaube ich. 82, ja. Wie war der erste Eindruck, 82? Du, das war schön. Es war sehr interessant. Ich werde es nie vergessen, weil ich habe vorher in Heidelberg gewohnt, Heidelberg. Und als ich nach München kam, haben die Leute unter das Gret gewusst, ja, grüßt Ihnen, gut, was brauchen Sie und so. Und dann habe ich gedacht, um Gottes Willen, was habe ich gesagt? Ich wollte bloß wissen, wie kämen wir irgendwo durch. Ja, da ums Eck fahren, dann sehen Sie, das ist die erste Traste rechts. Dann habe ich gedacht, okay, okay, okay. Und das war schon... War das nur wie Fremdlinien, da war es ein bisschen schockierend. Ja, weil die Sprache... Wir Müncher sind doch total nette, höfliche, hilfsbereite Menschen. Ja, klar, aber von Heidelberg, von Schwäbisch oder bis auf Bayerisch, da ist es schon ganz anders. Das sind ja sehr verinnerlich, die Heidelberger. Das ist ja der Mensch, der kleinschichtig, der so bescheiden, nicht so lang sind, ums Geld gehen. Genau, und die reden nicht so laut und nicht so krackert, so wie in Bayern heute. Aber es ist schon schön, da zu sein. Ich habe mich schon daran gewöhnt und versuche, ein angepasster Ausländer zu sein, so wie die anderen auch. Und ja... Eigentlich passt es ja nach Bayern viel besser, weil in Bayern sind es vorwiegend Schwarze, das weiß man ja, oder? Du, da, wie Proto, hat immer gesagt, wir Schwarzen müssen zusammenhalten. Und es gibt auch sogar einen Witz, wo ein Preis nach Bayern kommt und der Bayern sagt, da ist ein Schwarzer lieber. Irgendwie so, habe ich irgendwann mal gehört. Aber ist egal. Nein, es ist ja schön, da zu sein. Normalerweise ist der Dunkel, irgendwie bleicht man da dann nicht irgendwann mehr aus, wenn man so lange unter Wolken lebt. Für den Bayern ist es jetzt das Wetter so und dann... Äh, nein, ich komme alle Jahre wieder nach Hause, tanke auf, sonnenmäßig und so, und dann komme ich wieder. Und dann fährst du nach L.A. und legst den Sonnen auf, oder? Genau, du sagst das. Wenn es glütscht. Dann wollen wir jetzt ein bisschen Blues hören. Suitcase full of Blues. Wenn man was ganz oben drauf ist. Walk with me. Hand with down. Dürfen wir dir was aussuchen? Du, ich hab gesagt, drei ist mein Glückzahl, also dann such doch das dritte Lied aus und dann passt das schon. Okay, dann soll ich mir jetzt das dritte Lied aus. Was paying my dues to the Blues? Genau. Das hat irgendwas mit Zahlen zu tun, meine Schulden an die Blues zahlen, oder? Genau, das heißt, mein Sohl zahlen. Das heißt, jeder von uns muss irgendwas im Leben zahlen, damit wir da sein können. Und Blues zahlen wir alle, weil jeder hat ein Blues. Okay, dann fangen Sie mal an. Ich muss noch viel zahlen, dass ein paar Dose werfen kann. Ich finde das echt gut. Ich schaue jetzt mein Mikrofon da hin, ob es am besten klingt. Du singst dazu. Ein bisschen. Okay. Bitte, meine Damen und Herren. And I'd like to present you Alfred C. Humphrey and his Albert C. Humphrey. Was heißt denn Sie eigentlich? Crazy. Crazy. Nein, Albert Charles. Albert Charles. Albert C. Humphrey. Plural. Humphrey's Roots of Blues. That's it. Bitte schön. 2, 3, 4. I'm paying my dues to the Blues just by living every day. Cause bad luck and trouble won't stay out of my way. One day I lost my job and as if that wasn't enough. My baby called it quits and threw out all of my stuff. I'm paying my dues. Lord, I'm paying my dues. Everybody else got the good life. And I ain't got nothing but the blues. Alright now. Oh yeah. Oh yeah. Car broke down in just the middle of the night. Just a little bit out of town. Wasn't no gas station in sight. I tried to walk home and you wouldn't believe what happened then. The police saw me. Now they're taking me in. I'm paying my dues. Oh, I'm paying my dues. Everybody else got the good life. And I ain't got nothing but the blues. You know, I got five brothers and two sisters and a family. And they all found the luck with the exception of me. Every time I do something to get my feet up off the ground. Somebody come along and they knock me back down. I'm paying my dues. People, you know, I'm paying my dues. Oh yeah. Everybody else got the good life. All I keep getting is the blues. Nothing but the blues, y'all. Don't give me a wish. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Profimusiker weiterverkauft. Das machen Sie selber, haben Sie mir vorher gesagt. Ja, also das kann man selber machen. Man schraubt das auf ein bisschen und dann kann man die Stimmzungen ein bisschen feilen. Also wenn man es am Ende der Stimmzunge mit einer Feile ein bisschen abfeilt, wird der Ton höher. Und wenn man am Ansatz der Stimmzunge, wo die fest genietet ist mit einem kleinen Stahlkrazer Materialabtrag, dann wird der Ton tiefer. Also das stimmen die ja noch? Ja, ja. Also wenn die Oktaden jetzt auch anstimmen oder so, muss man ein bisschen nachstimmen. Entschuldigen Sie, spielen Sie was anderes auch? Ich habe ewig lang Geige gespielt, Volksmusik viel, eine Klassik. Also wir haben im Bayerischen Wald auch so eine Stuhmusik gehabt, dass er sehr viel Volksmusik macht. Und wie sind Sie mit der Herrschaften zusammengekommen? Der Albert, wann haben wir uns eigentlich getroffen? So Mitte der 90er Jahre war das. Ja, ich glaube so 93 haben wir miteinander was angefangen. Weißt du noch, wo das war? Da fragst du mich voll. Da fragst du mich voll. Das wissen wir nicht mehr. Also wahrscheinlich bist du mal auf ein Konzert von mir gekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es jetzt zum ersten Mal gesehen habe. Wissen Sie, was ich Sie noch fragen, wo die Beine steht hier drin, dass Sie eine ausdruckstärke Stimme hätten, mit der Sie das Publikum begeistern. Wie ist denn das so neben ihm? Wenn man da so mitbegeistert, ist er dann nicht manchmal ein bisschen sauer? Nein, also bei uns singt ja nur der Albert aus wohlgemeinten Gründen. Also ich bin da mit der Harmonika-Pressabteilung sehr zufrieden. Dann sind Sie auch irgendwie stimmlich dann auch blockiert, wenn Sie mit der Harmonika-Pressabteilung sind. Das war zu voll. Das war zu voll. Ich sehe es jetzt mit dem Hof ja nicht übertreiben. Aber ich finde, das ist ein toller Name. Den kann man sich merken. Fast so gut wie ein Manu-Maniak. Manu-Maniak. Genau. Wo ist denn der Kunstname, oder? Ja, Kunstname, genau. Zum Hubert seine Haupts muss ich jetzt noch was sagen, weil es ja heißen hat, dass es Leute gibt, die das veredeln. Und dass die dann was wert sind. Also die Habs, die der Hubert schon einblasen hat, die er spult, sind eigentlich unbezahlbar. Und wenn es Frauen sind, die das dann zum Mund führen und dann haben... Mr. Hotlips. Na ja, genau. Das ist eigentlich das Wort, oder? Ja, schon lange Tue miteinander. Also seit, was weiß ich, Hubert, 20 Jahren. Passt schon dazu. Also 1994, 1995 kommen wir noch. Kommen Sie aus aus dem Niederbayerischen? Ja, ich komme aus Dickenlof und er ist aus der Ecke von Zwiesel. Und witzigerweise haben wir uns erkennen gelernt, ich habe damals CD gemacht, war auch ein anderer Hauptspieler dabei. Und dann haben wir eine CD-Präsentation machen müssen. Und dann hat es zwischen meinem Bassisten, also es war mit Ege, also Trio mit Hauptspielern und so, als Bassisten und dem Hauptspieler einen Streit geben. Jetzt habe ich für die CD-Präsentation keinen Hauptspieler gehabt. War ja so massiv der Streit. Der war massiv, ja genau. Also das war mexikanischer Amerikaner oder andersrum. Und das andere war, ich nenne jetzt keine Namen, völlig wurscht. Auf jeden Fall war ich dann in dem ehemaligen Grünen Eck, heißt es ja jetzt Antuns, wo wir übrigens auch in der Besetzung jetzt am 15. November sind. Das ist Grünen Eck in Spalding oder was? Nein, nein, das ist in Giesing, das ist die alte Bluskneipe, genau. Was ist das, St. Martinstrasse, irgendwie 7. 15. November. Und da geht er rein und schauen wir Albert sich Humphrey an. Mit seiner Band. Und da steht ein Hauptspieler auf der Bühne. Den kennst du den mal ja. Nein, den habe ich nicht gekannt. Eben, da war ich nämlich gerade vorher in den USA, er war gerade frisch zurück aus Amerika. Und in der Pause war ich durch das, was ich halt da auch dringend gespielt habe, sind wir halt immer hinterm Tresen lang gestanden in der Pause. Und die Musiker natürlich auch. Und dann habe ich den Huber kennengelernt. Ein Konzert von Albert sich Humphrey. Total ein Witz eigentlich. Jetzt sind wir da und machen Musik miteinander. Und dann sind wir ins Schmatzen gekommen, wenn man so Niederbayern sagt, ja, ihr aus Zwiesel, ihr aus Degendorf und so weiter. Und dann habe ich gesagt, du, das fällt mir wahnsinnig gut, was du spielst. Und ich habe jetzt ein Problem, ich habe jetzt eine CD-Präsentation, die machen muss eine Brauchträger da aufspielen. Und dann hat er die aus dem Stand mitgespielt. Also wir haben jetzt einen Schalter rausgeholt, irgendwie ohne Probe gezeigt, bumm, irgendwie ist er aufgegangen und hat da ein Klick, Klick. Und so haben wir uns kennengelernt. Und jetzt seit 20 Jahren haben wir schon mit dem Duo auch miteinander. Also das ist jetzt eigentlich lustig, dass wir jetzt da so alle da sitzen. Also ich habe ihn kennengelernt beim Konzert, aber so ist das. Das war's. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020